Jochen, zwei Spiele, sechs Punkte. Ihr habt viele Tore geschossen, also im Prinzip kann man davon sprechen, dass es ein optimaler Start in die Saison war. Kann man das? Ja, punktemäßig war es auf jeden Fall ein optimaler Start. Spielmäßig haben wir gegen Wolfsburg daheim viel Gutes gezeigt. Wurde aber am Ende doch noch mal um einiges spannender, als wir vielleicht zulassen wollten. Daraus können wir einiges lernen. Und in Schwenningen, ja, Derby, eigene Gesetze. Da ist immer Feuer hinten dran und die Schwenninger haben hart gekämpft und haben uns schwer getan, ins Spiel kommen zu lassen. Aber es wurde mit Einsatz belohnt, dass wir drei Punkte hatten. Jetzt geht es gegen Bremerhaven. Bremerhaven ist eine Mannschaft, die tatsächlich die letzte Saison überrascht hat. Man sagt immer, die zweite Saison für so einen Neuling in der Liga ist die schwere. Jetzt haben sie sich auch ein bisschen schwer getan, haben zwar in Köln Punkt geholt, aber dann haben sie deutlich dann schon gezeigt bekommen von den Berlinern. Ich glaube, sieben zu zwei haben sie da verloren zu Hause. Und entsprechend, ja, wie sind sie einzuschätzen? Ich glaube, dass sie recht gefährlich sind, weil die Mannschaft letztes Jahr hat sie nicht zu verlieren gehabt, war dadurch sehr erfolgreich. Dieser ist der Druck dann, oder die Erwartungen sind ein bisschen höher. Die Vereine, Gegenspieler kennen sie ein bisschen, aber die wollen ein Run-and-Gun-Spiel haben. Die wollen warten auf unsere Turnovers und auf unsere Fehler. Und wollen die ausnutzen, haben auch ein bisschen Talent vorne drin, die Tore schießen können. Und deswegen ist es gefährlich, wenn man sich auf denen eher ihre Spielweise einlässt. So locker, ein bisschen fast Ginny-mäßig Hockey zu spielen, sondern wir müssen einfach konsequent an unserem System festhalten und so zum Erfolg kommen. Dann haben die auch, sollten sie auch keine Chance haben. Man spricht ja oft von gut organisierten Mannschaften. Ich finde, die Spiele, die ich gesehen habe, die in der CHL und jetzt in der DEL, wart ihr sehr, sehr gut organisiert. Ist das ein Schlüssel bei euch auch zum Erfolg, dass man gut organisiert ist und vorne dann, sagen wir mal, ein bisschen kreativer ist? Ja, wir wollen mit allen 20 Mann, die an der Bande sind, auf dem Eis stehen, ein System spielen und jeder trägt dazu bei. Wir haben vier Reihen, die alle sehr stark sind, die offensiv Feuerpower haben und defensiv auch gut spielen können. Deswegen sollte in jedem Spiel, jede Reihe ist gefährlich, um den Unterschied auszumachen. Coach Jochen, was zeichnet ihn aus? Was hast du als Spieler mitgenommen, was du jetzt als Coach auch noch weiter umsetzt? Irgendwie anders. Auf dem Eis war ich eher so ein Hitzkopf, der sich gerne mit dem Schiedsrichter auch diskutiert hat und gestritten hat. Aber an der Bande sieht man sich dann doch ein bisschen anders ab und zu. Ich versuche mit Ruhe und sachlich mit den Jungs umzugehen. Und ja, da ich auch nicht so lange her ist, dass ich gespielt habe, meine Erfahrungen von den letzten Jahren noch mitzugeben. Hast du dann Vorbild? Hast du irgendjemanden gehabt? Sei es in der DEL früher oder vielleicht sogar heutzutage? Oder in der NHL jemanden, wo du sagst, so wie der gecoacht hat, so würde ich das auch gerne machen? In Amerika war der James Patrick, mit dem habe ich noch zusammengespielt und nach dem Lockout war er dann Co-Trainer bei uns und fand, er hat den Weg vom Spieler zum Trainer sehr gut geschafft. Er war am Anfang respektiert von den Spielern, am Schluss auch noch. Aber er hat den Spagat gut geschafft, zwischen Mitspieler und dem Trainer zu sein. Wie viel musst du als Trainer die Distanz zu den Spielern sein? Als Co-Trainer sagt man ja immer, darf man ruhig der Kumpel auch von den Spielern sein, aber irgendwie einen kleinen Abstand muss man ja trotzdem zu den Spielern halten. Wie machst du das? Ja, ich sage denen offen meine Meinung und natürlich früher abends mal auf ein Bier gehen, das geht jetzt nicht mehr, das will ich auch nicht. Die sollen unter sich ihre Gedanken und Sachen austauschen, dann bestimmt auch manchmal einen schlechten Tag mir gegenüber, wo ich denen auf den Geist gehe und deswegen ist das ganz normal. Aber es ist eine Mannschaft, die muss zusammenfinden und muss zusammengeschweicht sein, um das ganze Jahr durchzustehen. Jochen, letzte Frage. Wie ist es für dich, wenn ein Spiel losgeht? Als Spieler hat man natürlich so seine Rituale, auch so eine gewisse Anspannung. Ist das das selber für dich als Coach jetzt oder ist es etwas ganz anderes? Es ist etwas anderes. Ich suche noch ein bisschen meine Routine vor dem Spiel. Es ist eine lange Zeit, die man im Stadion ist und man sucht, was zu tun. Man schaut noch Filme, Kleinigkeiten, die man macht. Aber im Moment so eine Routine wie beim Eishockey, die nach 15 Jahren im Kopf einfach eingeprägt war, habe ich noch nicht. Alles klar, dann viel Spaß beim Routine finden und beim Spielen nachher. Danke.